Okay, da sind wir wieder. Euer Bad B290 und los geht's. Oh, jetzt wieder die Ruckelorgie wie in der Sonne. Blöden Partikel-Effekte. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. From what I hear, I cost you a fortune. Why'd you do it? For the defense and preservation of humanity. I didn't spend two years and billions of credits bringing you back to serve as a common soldier. But humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory is still intact. How are you feeling? How often do you feel to go last minute? I noticed a few upgrades. I hope you didn't replace anything really important. We tried to keep you as intact as possible. We need Shepard. Just as you were when you defeated Sovereign. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers. Just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason. We chose you. If you're after the Reapers, just point me in the right direction. Miranda was worried you'd be resistant. She's not usually wrong. I have a shuttle ready to take you to freedom's progress. The latest common. Miranda and Jacob will brief you. I'll get what you're looking for and be back before you know it. Good to hear it. Find any clues you can. Who's a... I brought you back. I brought you back to the Reapers. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? We're gonna find out who did this and take them down. Nothing gets in our way. Am I clear? Perfectly, Commander. Good to have you here, Shepard. Now you get the Reapers. You get the Reapers. Service Officers am wichtigsten, would I say. Warp. Oder Overloaden. Nee, Warp. Jacob. Hat alles voll. So. Ich will sparen. Okay. Was nehme ich denn dann? Schwere Pistole. Shotgun. Machine Pistole. Genau. Okay. Weiter geht's. Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. Strange. No bodies. No structural damage. No signs of battle. Oh, Wahnsinn. Scheiss. Ja, Wahnsinn. 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 Die haben alle Panzerung. Ich sehe. Komm schon. Zieh rüber. Out that one. Ich kann euch wahnsinnig nur empfehlen. Das ist echt ein Nervenkit. Auch wenn es manchmal ist frustrierend, aber meistens macht es echt Bock. Ich meine, auf normal ist alles so einfach. Ist voll der Winz. Scheiße. Klärzt vielleicht. Ich kenne mich auch hin. Ich kenne mich auch hin. Ich kenne mich auch hin. Der Winz ist wirklich. Super ziel! Nein, nein, nein. Ich kenne mich auch hin. Hm? Schaffe diese Mini-Spiele! Hört sich vielleicht ein bisschen negativ an, was ich hier die ganze Zeit sage, aber nicht täuschen lassen. Ich find Mass Effect super. Nein, take that down. So. So. Tali, ich hasse Tali. Ja, und ich hasse dich immer noch, weil immer alle so sagen, höh, die ist voll süße. Tali, Zora, you served on my ship. You know what I do to people who threaten me. No. Tali. 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 Tony. Tali. Tali. Nein Wahnsinn, ist echt heftig, aber auch geil. Spitzschirm? Spitzschirm? Ah, die Drohnen. Okay. Nein! Tegro ist doch. Ich liebe mich an den Wegstern, das ist total unzerträglich. Was braucht man auf Wagen? So, wenn man mit Techniker oder so spielt, hat man eigentlich keine Chance. So, wenn man mit Techniker oder so spielt, hat man eigentlich keine Chance. Oh, Mann. Ah, Scheiße. Okay, so unzerstörbert uns wohl noch nicht. Oh, Mann, ey. Blöde Erkältung. Ich hoffe, meine Stimme versteht man noch halbwegs. Wie gesagt, es ist wegen der Erkältung. Sobald die abgeklungen ist, spreche ich wahrscheinlich was deutlicher. Tegro ist doch an. Und dann, das ist ja auch ein Schiff. Oh, Mann. Tegro ist doch so nah, das ist genauer. Oh, Mann. Man hört gar nichts mehr zu tun. Ich bin keine Ahnung. Ich bin kein Wagen. Ich bin kein Wagen für eine Siegel, aber ich möchte ein wenig zu sehen. Pull in auf. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin ein und in dum. Oh, Mann. Ich bin kein Wagen. Ich bin ein Wagen. Ach man, schon fast alle Munitionen. Ich bin wieder frei. Bis zum nächsten Mal.